Gewalt in Partnerschaften und Familien hat während der Corona-Pandemie nach Einschätzung der Opferberatung Weißer Ring deutlich zugenommen. Insgesamt betreuten die ehrenamtlichen Helfer im vergangenen Jahr um 17.000 Fälle häuslicher Gewalt und damit 20 Prozent mehr als noch 2018. In vier von fünf Fällen sei das Opfer eine Frau. Auch die Polizei verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von Gewalt in Lebensgemeinschaften und Familien. Um 15 Prozent auf 150.000 Fälle, so die Kriminalstatistik von 2020. Untertitelung des ZDF, 2020